Ich begrüße euch zur Lösung des Rätsels der Denkbar. Und es war natürlich ein denkbar einfaches Rätsel. Machen wir uns wie immer klar, um was es eigentlich ging. Wir hatten drei Personen, Justus, Peter und Bob. Und es war so, dass die in einer Bar sitzen. Dann kommt eine nette Bedienung mit einem roten Kleid, das weiße Punkte hat. Und fragt, ob alle ein Bier möchten. Der Erste sagt, er hat keine Ahnung. Der Zweite sagt auch, dass er keine Ahnung hat. Und diese Hinweise reichen dem Dritten, um zu sagen, ja, alle möchten ein Bier. Und die Rätsellösung, wie konnte er es wissen, dass alle ein Bier möchten, ist, viele von euch haben es auch direkt gewusst, ist, dass wenn er kein Bier gewollt hätte, dann hätte er ja gewusst, dass nicht jeder der drei ein Bier möchte und hätte Nein sagen können. Der Zweite hat somit gewusst, dass der Erste auf jeden Fall ein Bier möchte, weiß aber natürlich nicht, ob der Dritte eins mag. Und da er auch eins möchte, sonst hätte er natürlich auch Nein gesagt, sagt er auch, ich weiß es nicht. Und da beide es nicht wissen, ist das dann logisch, dass sie auf jeden Fall ein Bier möchten. Also weiß er, dass alle drei ein Bier möchten. Und da er auch ein Bier möchte, sagt er dann, ja, alle möchten ein Bier. Und so einfach war dieses Rätsel. Ich dachte mir, für so einen heißen Tag ist das vielleicht mal ganz angenehm, dass man sich nicht so anstrengen muss beim Denken. Ich hoffe, das Rätsel hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und falls ihr noch weitere Rätsel, ja, von mir sehen möchtet, dann, wie gesagt, abonniert den Kanal. Es wäre auch sehr cool, wenn ihr die Videos einfach mal teilen könntet, dass noch mehr Leute miträtseln können und dass dieser Kanal auch ein bisschen bekannter wird. Ja, und dann fangen wir vielleicht nächste Woche mal wieder mit etwas Schwierigem an. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Macht's gut, bis bald und ciao.